Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Garmin und zwar um die Tutorial-Reihe Einstellungen der Herzfrequenz. Ich habe schon mal vor etwa eineinhalb Jahren ein Video dazu gemacht. Da hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen was geändert bei den Einstellungen. Es sind leider ein paar Tooltips rausgefallen. Ich möchte euch in dem Video erklären, was ihr da einstellen könnt, beziehungsweise wie ihr es einstellen könnt, was die Einstellungen auch bedeuten. Weil wenn man jetzt gerade neu im Thema ist, sagt man die Abkürzung vielleicht jetzt nichts. Da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Und wie gesagt, dann einfach zeigen, wie man das Ganze hier für sich optimal einstellt. Aber warum ist das wichtig, die Herzfrequenz einzustellen, beziehungsweise die Zonen einzustellen? Das ist eigentlich ganz simpel. Und zwar, es geht dann um die Trainingsbelastung, die ihr macht. Ihr führt ja hier Workouts durch und die ganzen Workouts werden dann auch bewertet. Einmal kommen sie hier in das Trainingsload hinein. Sehen wir einmal hier, der Belastungsfokus wird hier mit ermittelt. Da wird einfach geschaut, in welchen Herzfrequenzbereichen ihr trainiert habt. Aber dann auch natürlich dann bei der Trainingsbelastung selber. Wenn wir jetzt hier ins Trainingsload hineingehen, spielt es hier eine maßgebliche Rolle. Da findet das Ganze dann hier statt, beziehungsweise wird mit eingerechnet. Und natürlich dann die Auswertung des Trainings selbst. Wir nehmen jetzt einfach mal hier ein Training. Ich habe hier so ein kleines Intervalltraining gemacht. Ein Garmin-Training. Wir sehen hier auch anhand dieses Ausführungswertes, das jetzt nicht so gut war, dass es ein Garmin-Training war. Und ihr bekommt natürlich hier hinten auch Datenfelder angezeigt. Einmal die Herzfrequenz, die ihr gehabt habt im Training. Wir sehen hier maximal 172. Durchschnitt war 146 bei dem Training. Und ihr bekommt auch Trainingseffekte angezeigt. Und diese Trainingseffekte beruhen auf der Einstellung, die ihr hier nutzt. Also in welchen Zonen ihr trainiert habt. So weiß die Garmin-Uhr, beziehungsweise Garmin, ob ihr stark trainiert habt, ob ihr mittelmäßig trainiert habt, ob ihr schwach trainiert habt. Und so kann das Ganze dann eingeschätzt werden. Natürlich ist dann hier, wie gesagt, die Basis die Herzfrequenz und die Herzfrequenz-Zonen. Und so wird das Ganze dann hier ermittelt. Ja, wie komme ich dann aber in die Einstellung hinein? Wir gehen jetzt einfach hier oben auf die Uhr. Und wir sehen hier, bei mir ist es eine etwas längere Liste mit den Uhren, die hier verbunden sind. Aber das ist jetzt egal. Wir gehen einfach mal in die V1255 rein. Welche Einstellung bei allen Uhren gleich ist das Benutzerprofil. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und hier wird dann auch eingestellt, einmal seht ihr auch hier das Fitnessalter, euer Geschlecht, euer Geburtsdatum, eure Größen, euer Gewicht. Das ist vor allem auch entscheidend für die Ermittlung der Kalorien, damit das Ganze richtig ermittelt wird. Und natürlich auch die Schlafenszeit. Was uns jetzt an dieser Stelle aber interessiert, ist dann die Herzfrequenz- bzw. Leistungsbereiche. Wenn wir jetzt mal reingehen, sehen wir auch, wir haben jetzt drei Menüpunkte. Herzfrequenz, Leistung, automatische Erkennung. Und die erste Sache, die ihr auf jeden Fall mal nachschauen sollt, wenn ihr jetzt neu die Uhr habt, ist, ob die automatische Erkennung eingeschaltet ist. Da gehen wir mal rein. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel, die maximale Herzfrequenzermittlung ist eingestellt, beziehungsweise auch die Schwellenermittlung. Wenn ihr jetzt im Training seid und ständig Untersuchungen habt und das Ganze dann mitgeteilt bekommt, könnt ihr natürlich das Ganze ausstellen, beziehungsweise würde ich dann auch empfehlen, weil sonst würde hier das Ganze wieder überschrieben werden. Das ist auf jeden Fall hier an dieser Stelle möglich, die man dann einfach hier drauf drückt und dann wird das Ganze auch schon gespeichert. Dann gibt es hier, wie gesagt, die Herzfrequenz. Da gehen wir auch jetzt rein. Und da sehen wir auch schon hier, es gibt eine Umstellung des Menüs. Das sah früher ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt einmal hier die maximale Herzfrequenz. Das sagt es euch eigentlich schon. Das ist die maximale Herzfrequenz, die ihr leisten könnt. Dann haben wir das LSHF. Das ist der Laktatschwellenwert. Da kommen wir gleich noch dazu. Das liegt bei mir bei 160 Schlägen. Und wir haben bei mir die hohe Herzfrequenz von 44. Wenn ich jetzt aber weiß, meine maximale Herzfrequenz ist jetzt eine andere, dann gehe ich einfach hier in den Menüpunkt hinein und dann kann ich das Ganze hier auch ändern und dann speichern. Und dann ist das hier auch dann hinterlegt, falls ihr eure maximale Herzfrequenz kennt. Das gleiche ist dann auch mit dem Laktatschwellenwert. Für alle Zuschauer, die jetzt nicht wissen, was eine Laktatschwelle ist, beziehungsweise Laktat, wenn ihr trainiert, baut ihr Laktat an, beziehungsweise auf. Ich bin jetzt keine Mediziner, wie man das genau bezeichnet. Auf jeden Fall geht es in die Muskulatur. Und das Ganze kann vom Körper abgebaut werden, bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Grenzwert. Der liegt bei mir hier bei 161 Schlägen. Wenn ich darüber hinauskomme, dann kann der Körper das nicht mehr abbauen. Und das Laktat, ich sage es mal ganz umgangssprachlich, führt dazu, dass ihr dann an Leistung verliert, beziehungsweise dann irgendwann ermüdet und die Muskulatur einfach nicht mehr gut arbeiten kann. Und ihr dann, wie gesagt, hier an Power verliert und immer schlechter werdet. Dann haben wir noch den Ruheherzfrequenzbereich. Das ist eigentlich auch selbsterklärend. Das ist die Herzfrequenz, die ihr habt, wenn ihr jetzt ganz ruhig seid und zum Beispiel schlafen wird das Ganze ermittelt. Dann sehen wir hier, bei mir ist es aktuell bei 44 Schlägen. Dann haben wir auch die Herzfrequenzbereiche. Da gehen wir mal ein. Und dann sehen wir hier, wir sind jetzt im Standardbereich. Das ist also der Bereich, wenn ihr gar nichts definiert an der Uhr, beziehungsweise keine Sportart definiert, dann wird dieser Standardwert benutzt. Ich gehe mal ganz kurz auf die verschiedenen Bereiche ein. Wir haben hier B1, 2, 3, 4 und 5. B1 ist der niedrigste Bereich. Hier haben wir in diesem Fall 54 von 65 Prozent, basierend auf den Wert, den wir oben ausgewählt haben. Da komme ich gleich noch darauf hinzu. B1 bedeutet einfachst der Warm-Up-Bereich. Also die wahrgenommene Anstrengung liegt hier bei entspannt, leichtes Tempo, rhythmische Atmung wird so definiert. Vorteil ist hier aerobes Training auf Entstiegsniveau, beziehungsweise reduzierten Stress. Das heißt also wirklich nur, um warm zu werden. Dann haben wir den B2-Bereich. Das ist jetzt der leichte Bereich. Die wahrgenommene Anstrengung liegt hier bei angenehmem Tempo, etwas tiefere Atmung. Gespräche sind hier an dieser Stelle noch locker möglich. Grundlegender Vorteil ist hier Herz-Kreislauf-Training, gutes Erholungstempo. Das ist gerade, wenn man lange, lange Basistraining macht, das ist eigentlich das, was die Sportler überhaupt gar nicht mögen. Ja, so ganz, ganz langsam laufen, dann fühlt man sich immer so, als ob wir rumschleichen. Aber hier baut man tatsächlich hier sein Herz-Kreislauf-Training aus, beziehungsweise auf. Dann haben wir hier den B3-Bereich. Das ist der moderate Bereich. Die wahrgenommene Anstrengung liegt hier bei mäßigem Tempo, schwierig zu führende Gespräche. Das heißt also, hier musst du schon ein bisschen mehr atmen. Es fällt dir etwas schwerer zu reden. Auch hier ist Vorteil, verbessere aeroben Kapazität, beziehungsweise optimales Herz-Kreislauf-Training. Das sind so die Bereiche, die wir haben. Dann kommen wir in den Bereich B4. Das ist ein intensives Training. Da liegen wir schon bei 87, 90 Prozent des ausgewählten Bereichs hier oben. Das ist magenommene Anstrengung liegt hier bei schnellem Tempo und wenig unangenehm, beziehungsweise kräftiger Atmung. Das heißt also, es wird auf jeden Fall schon anstrengender. Vorteil ist hier, verbesserte anaeroben Kapazität und Schwelle und verbesserte Geschwindigkeit. Das heißt also, bei Intervalltraining kommt er hier in diesen Bereich hinein. Dann haben wir hier maximalen Bereich. Das ist jetzt hier, wie schon gesagt, das Maximale, was geht, bis 100 Prozent. Die wahrgenommene Anstrengung ist Sprintgeschwindigkeit, über einen langen Zeitraum nicht haltbar, mühsames Atmen. Vorteil ist hier, anaeroben Bereich, muskuläre Ausdauer, erhöhte Leistungsfähigkeit. Aber man sollte auf jeden Fall nicht lange in diesem Bereich trainieren, weil das dann tatsächlich den Körper sehr anstrengt. Ihr habt dann auch die Möglichkeiten, die Bereiche selber zu definieren, bis welchen Prozentsatz das Ganze startet, beziehungsweise hier dann ja weiterführt. Wir können jetzt sehen, bei 65 Prozent, wenn ich jetzt runterdrehe, dann würde es einfach, gehen wir auf 66, dann würde sich zum Beispiel auch der Bereich B1 dann hier anpassen. Da wäre auf jeden Fall das möglich, hier so einzustellen. Ja, aber was passiert das Ganze? Wir haben hier oben einen Bereich, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt einmal hier die maximale Herzfrequenz. Das heißt also, hier werden die 181 Schläge, die es bei mir gibt, aufgeteilt in diese fünf Bereiche. Wir haben jetzt hier B1, B2, sehen wir hier 65 bis 74 Prozent, 74 bis 80 Prozent wäre das in diesem Bereich. Maximale Herzfrequenz heißt einfach, wie gesagt, dass wir hier oben bis 181 gehen können und dann ist auch hier das Ganze eingeteilt. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist dann die HFR und das ist leider sehr unglücklich bezeichnet. Das ist hier die Herzfrequenz Reserve, beziehungsweise ja der Reservebereich und wir sehen auch hier, hat sich prozentualen Bereich schon geändert, 54 bis 65, 65 bis 74 Prozent. Was ist aber das prozentuale HFR? Das ist einfach die Differenz zwischen der maximalen Herzfrequenz und der Ruheherzfrequenz. Das heißt also, ganz umgangssprachlich gesagt, so ein Basis oder ein Base, was ihr nutzt, das sind die 44 Schläge bei mir, die braucht ihr auf jeden Fall und alles, was darüber hinausgeht, ist der Bereich, den ihr als Reserve zur Verfügung habt. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Mediziner, ich erkläre das jetzt so ein bisschen, vielleicht wenn es dem Mediziner zuhört, etwas sehr salopp, aber so kann man es sich ungefähr vorstellen und so werden dann diese Bereiche hier eingeteilt. Das ist so der Bereich, den ich so ein bisschen bevorzuge, damit trainieren zu gehen, weil dann hier wirklich die Reserven mit einberechnet werden und wir sehen auch hier, der Startbereich, wenn wir nochmal auf die maximale Herzfrequenz begehen, ist hier dann auch etwas anders. Da geht es 65 bis 74 und bei der Herzfrequenzreserve geht es dann bis 65. Also hier haben wir eine etwas andere Aufteilung der Bereiche. Aber am Ende ist es natürlich dann auch ein bisschen Geschmackssache, nach was man dann trainieren will, beziehungsweise was dann der Trainer an dieser Stelle sagt. Dann haben wir noch den dritten Bereich, das ist dann der Laktatschwellenbereich. Das heißt also, hier ist dann der Laktatschwellenwert interessant und auch interessant ist dann an dieser Stelle, dass wir hier natürlich hier drüber kommen. Ja, warum kommen wir jetzt drüber? Ganz einfach, wir haben jetzt hier B1 bis B3 bewegen wir uns ungefähr in dem Laktatschwellenbereich, wo es dann auch dann Laktat abgebaut werden kann und ab B4 geht es dann so weit hoch, dass es nicht mehr geht oder nicht mehr möglich ist, beziehungsweise bis B5. Das heißt also, wenn ihr lange in B4 und B5 trainiert, dann ist irgendwann ein Firehunt mitlaufen, beziehungsweise verliert ihr die Leistung und ihr solltet dann natürlich schauen, dass ihr dann hier in B3 lauft. Gerade wenn ihr jetzt vielleicht lange Strecken lauft, habt ihr hier auf jeden Fall die Einteilung. Das wie gesagt, hier für Long Runs ist es wirklich sehr interessant, das Ganze zu nehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier mich für die Reserve entschieden, aber Laktatschwelle ist an dieser Stelle natürlich auch nicht falsch. Ihr habt natürlich dann auch die Möglichkeit, die Bereiche zurückzusetzen. Also wenn jetzt irgendwas umgestellt ist, können wir das Ganze auch zurücksetzen und dann ist das Ganze hier wieder auf den Standardwert zurückgesetzt. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich nicht den Standardwert zu nutzen, sondern tatsächlich das Ganze nach Sportarten einzurichten. Und wir können einfach mal reingehen, das Sporthertfrequenz wäre dieser Bereich. Und wir haben jetzt hier aktuell zwei Sachen stehen, Laufen und Radfahren. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn bei euch nichts steht, auf Sport hinzufügen zu gehen. Dann gäbe es zum Beispiel auch noch hier Schwimmen und dann habt ihr auch noch hier Schwimmen dabei. Sehen wir hier, alle drei sind jetzt hier aufgelistet. Das macht insoweit Sinn, ganz einfach, weil nämlich die Herzfrequenzbereiche je nach Sportart etwas anders sind. Ihr erreicht zum Beispiel beim Laufen eine viel höhere Herzfrequenz oder maximale Herzfrequenz als beim Radfahren, als wiederum beim Schwimmen. Und daher macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze hier wirklich je nach Sportart einzurichten. Und da sehen wir auch, das ist eigentlich genau das Gleiche wie jetzt beim Standardwert. Ihr habt hier die drei Einstellungsmöglichkeiten, maximale Herzfrequenz, Laktatschwelle und Ruheherzfrequenz. Aber ihr könnt dann auch die Bereiche nochmal hier extra fürs Laufen einstellen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ich basiere beim Laufen hier auf Laktatschwelle, was ich jetzt hier eingestellt habe. Und könnt aber auch sagen, beim Radfahren dann, ich mache das Ganze hier auf maximale Herzfrequenz, falls das an dieser Stelle für euch mehr Sinn macht. Wenn wir auch hier reingehen, wenn wir die Bereiche einstellen, können wir zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt hier auf Herzfrequenzreserve als Beispiel und dann wird das hier unterschiedlich bewertet und berechnet. Und ihr habt ja schon gesehen, das Ganze dient dann zur Grundlage, um die Trainingsauswertung durchzuführen. Und so habt ihr das Ganze dann so eingestellt, wie das für euch optimal ist. Wie gesagt, die Garmin-Uhren errechnen das alles selber. Wenn ihr jetzt neu bei Garmin seid, dauert es etwas, bis dann die Bereiche oder die Herzfrequenzbereiche richtig erfasst sind. Ist auch so, wenn ihr dann Trainings durchführt und auch mal Workouts macht und Intervalle, dann lernt die Uhr auch immer wieder hinzu bzw. passt auch diese Werte an oder fragt auch nach, ob ihr die Werte anpassen wollt und könnt dann dieses bestätigen oder ablehnen, je nachdem, wie ihr das Ganze hier dann eingerichtet habt. Ich hoffe, ich konnte euch hier an dieser Stelle etwas weiterhelfen. Wie gesagt, ich hatte es ja vor ein halb Jahren schon mal gemacht. Da gab es jetzt hier, wie gesagt, eine Umstellung. Daher wollte ich euch ein kleines Update zeigen und mal einfach zeigen, wie man das Ganze jetzt hier umstellen kann bzw. für euch einstellen kann. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich habe eine Playlist rund um Garmin, das verlinke ich dir oben mal bzw. neu auf dem Kanal. Das verlinkt auch mal eine Best-of-Playlist meines Kanals. Ich würde mich natürlich freundlich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.